Der rote Mann schien verdrießlich darüber, daß er sich nun unnötig die Mühe mit dem Ungeheuer gegeben habe. Dennoch wechselte er sich drei schlechte Heller gegen einen guten ein, gab dem Reichhardt einen von jenen und empfing dagegen das Galgenmännlein, welches ganz schwer aus der Tasche ging und am Boden des Glases verdrossen und traurig zusammengekrümmt lag. Darüber lachte der Käufer wieder gewaltig und schrie, »Kann dir doch alles nichts helfen, Satan, nur Gold her, so viel mein Schwarzroß neben mir tragen kann.« Alsbald auch ächzte das ungeheure Tier unter einer gewaltigen Goldbürde. Doch nahm es noch seinen Herrn auf und schritt als dann, »Einer Fliege ähnlich, welche die Wand hinauf geht, an dem senkrechten Felsen gerade empor.« Aber doch, mit so abscheulichen Bewegungen und Verrenkungen, das Reichhardt nur schnell in die Höhle zurückfloh, um nichts mehr davon zu sehen. Erst als er an der anderen Seite des Berges wieder herausgekommen und eine große Strecke von dem Schlunde fortgelaufen war, drang das frohe Gefühl der Befreiung durch sein Gemüt. Er fühlte es in seinem Herzen, dass er die früheren großen Fehler abgebüßt habe und ihm fortan kein Galgenmännlein mehr angehören könne. Ins hohe Gras legte er sich vor Freuden, streichelte die Blumen und warf der Sonne Kusshände zu. Sein ganzes heitres Herz von sonst her war wieder in ihm lebendig, nicht aber zugleich der ehemalige freche Leichtsinn und Frevelmut. Obwohl er sich jetzt mit ziemlichem Rechte rühmen konnte, den Teufel selbst betrogen zu haben, rühmte er sich dennoch dessen nicht.